ja egelings die blöcke sammeln ja, das ist ja nicht maa ist auch noch ein blöck dann haben sie bestimmt hier auch einen oh, die sind dann instant gestorben cool bienen und dann bin ach so, du musst dieses Sprung bringen ja und nicht durch diese box nicht durch die box wir gehen nämlich hier, du kannst ja auch da wandsprungmäßig hoch cool ach so, du willst es jetzt ausprobieren nein gerade ich hatte Sorge, dass du gleich als Bubble endest weil die da so lange rum stand ach so, schwierig ja ich glaube, ich mach jetzt mal die Viecher kaputt, ne dann geh ich mal links lang man ja, wir können ja, glaube ich, hier ruhig warten, ne ok ok, warte kurz red kurz geh ruhig vor, genau ich hole ruhig hier perfekt feuerblumen ganz einsinn und dann können wir hier links rein, hier ist die box also oh, ich denke, ich steige Käse ach so, wir werden noch nicht rausgeschmissen oha ja, so nur so ne oha ja, du kommst schnell hin, wird geschossen ich hoffe, dass die Kamera geht weit, geht ok ah, sehr gut oder so da sind immer die Karten-Symbolen ich hab vorhin das Herz gesehen, jetzt war dann ich dachte mir, willst du feuern? warte ich muss auf diese Fragezeichen drauf, ne ah, so warte, den macht vielleicht so los warte, dann kann ich ok oh, nein, 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 warte ja, da ist der Stempel, den musst du nehmen was kann ich eigentlich tada auf die Fragezeichenfelder hüpfen das war schon mal ganz gut ach so du kannst Fragen und Antworten machen